Heute bei mir zu Gast, Mats Hummels. Hi Mats. Hi. Kann es losgehen? Kann losgehen, aber erstmal ein Kefgehen bitte. Was darf es denn sein, Mats? Ich würde ein Cappuccino nehmen. Ich bleibe beim Café Creme. Mats, ich muss zugeben, ich bin ja einer von deinen 80 Millionen Followern bei Instagram. Und da habe ich gesehen, du hast dein Espresso-Foto gepostet und auch Leute vertaggt. Gibt es ja noch ein paar andere in der Mannschaft, die das regelmäßig machen. Wer gehört eigentlich zu dieser Espresso-Gang? Also erstmal bin ich da nur so ein bisschen reingerutscht oder ich habe mich reingeschoben. Reingemogelt, ja. Oder so. Ich glaube es sind Mo, Mario, Marvin ist glaube ich mit dabei, Schmelle. Irma war noch mit dabei, der am Anfang der Saison auch noch da war, als ich gekommen bin. Ich glaube das waren so die Originalen, aber mit denen sind wir eben so eine Gruppe, die manchmal einen Kaffee trinken. Okay. Das ist allerdings heute. Ah, da kommen wir schon hin. Vielen Dank. Oh ja. Genug für den restlichen Tag. Ich sage mal Prost erstmal. Stößt mal mit dem Kaffee an. Ne, mach mal. Ne, ne? Machen wir auch nicht. Ich finde sich komischer, ne? Erstmal einen Schluck. Ich will mit dir heute über Begegnungen sprechen. Was war die beeindruckendste Begegnung, die Mats Hummels je hatte? Es gab ein paar, die mir auf Anhieb einfallen. Eine sehr coole, weil sie noch nicht so lange her ist und mir in Erinnerung ist, 2018 war ich in Wimbledon. Hab da eben Boris Becker, ich glaube ihr kennt euch ja auch, hab den da einmal persönlich getroffen, eben mal ein bisschen mit dem gequatscht. Ich glaube auch einen Kaffee getrunken. Der hat mir da mal so ein bisschen Wimbledon gezeigt, erklärt und der war halt einfach in meiner Jugend nicht mehr ganz der Star, der er schon mal ein paar Jahre zuvor war. Aber ich habe mir eben so ein bisschen was vorher angeschaut, Dokus oder alte Videos und einfach davor eben nochmal realisiert, was für ein Weltstar der war zu seiner besten Zeit. Also wirklich ganz oben auf dem Olymp und dann auch zu sehen, wie die Leute den in Wimbledon verehrt haben und so. Das war schon sehr cool und er auch als Person war sehr lässig. Ich höre ihn auch als Kommentator gern zu, weil jetzt gerade eben auch wieder Tennis viel läuft. Ja, deswegen, das ist eine der coolsten Begegnungen so bisher gewesen auf jeden Fall. Sehr gut. Gibt es denn jemanden, der dich überrascht hat im Sinne von, du dachtest vorher so, nee, ist nicht so mein Fall und dann aber, der war eigentlich ganz cool. Gab es das auch noch? Das gab es auf jeden Fall. Magst du Namen nennen? Das ist jetzt die Frage, ob ich da sagen möchte, über wem ich so negativ notiert da reingegangen bin. Aber das ist ja nichts Negatives. Nee, das stimmt. Müsste ich jetzt, wie viel Zeit haben wir? Habe ich Bedenkzeit? Ich trinke mal kurz einen Schluck Kaffee. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Genau, ich mache da mit. Und wenn es zu schwer fällt, dann sag mir doch einfach, vielleicht gibt es ja jemanden, den du gerne treffen möchtest. Also wo du sagst, boah, das wäre eine Begegnung, die ich noch gerne hätte und noch nicht hatte. Ich würde jetzt übrigens gerne noch vorhin noch Dirk Nowitzki reinbringen, weil den wollte ich gerade erst nennen, aber den habe ich ja mal getroffen. Ja. Da hatte ich aber ein sehr gutes Bild schon vorher. Als Beispiel für die beeindruckendste. Der war beeindruckendste. Genau, den hätte ich noch gerne genannt, den nehme ich noch nach dem Ende dazu. Ja, klar. Ansonsten irgendeines meiner Sportidole aus der Kindheit würde ich sagen, oder immer noch Roger Federer vielleicht. Roger. Habe ihn mal Live-Tennis spielen sehen, übrigens auch da in Wimbledon, als ich da war. Da ist er leider rausgeflogen. Ja. Aber ja, so. Aber auf eine entspannte Art. Nicht so ein 10 Minuten Meet & Greet, wo man kurz Floskeln austauscht, sondern… Beim Kaffee. Beim Kaffee, so ist es. Aber es wäre keiner, wo du sagst, da wäre ich so nervös, da würde ich hingehen und mir ein Autogramm holen oder ein Foto machen. Foto würdest du vielleicht machen? Ja, Foto vielleicht. Wobei, ich bin da nicht so einer, der da viele Fotos macht, muss ich sagen. Okay. Mit Nowitzki habe ich mal eins gemacht. Und einmal in meinem Leben habe ich mir ein Autogramm geholt, da war ich 10 Jahre alt. Nein, da wollte ich mir ein Autogramm holen. Achso, hast du noch nicht. Aber ich hatte keinen Stift und dann ging es nicht. Wer war es denn? Ne, Matt Scholl. Der hat bei mir in München in der Ecke gewohnt, wo ich gewohnt habe. Okay. Und ich hatte keinen Stift da. Und dann habe ich gesagt, gut, dann lassen wir es. Und das war das letzte Mal, dass ich jemanden nach dem Autogramm gefasst habe tatsächlich. Das ist Mats, wie ich ihn kennen kann. Einfach konsequent. Ja, dann halt nicht. Wer war denn? Vielleicht auch Matt Scholl. War das jemand, weil er auch noch aus dem Fußball kommt, der dich inspiriert hat als Kind? Als Kind auch und, was ich sagen muss, als ich hochgekommen bin aus der Jugend bei Bayern, war er einer der Spieler, der mir da auch viele Tipps gegeben hat. Also einer der Spieler, der mir gesagt hat, wie ich mich verhalten soll, auch im Zweikampf oder in der Situation, was wirklich Gold wert war. Aber wo ich es gerade erwähne, kann ich vielleicht zu dem, wo ich positiv überrascht war, Räumer keinen nennen. Ja, gerne. Weil ich hatte überhaupt so keinen Eindruck zu dem. Ich wusste nicht genau, wie der ist. Und als ich als junger Spieler hoch bin, hat er mich mal in so einem Zweikampftraining zwei-, dreimal richtig Hops genommen. Und anstatt es einfach weiter zu machen und quasi mich immer wieder auszuspielen, hat er mir gesagt, was ich falsch gemacht habe, wie ich mich besser verhalte, wie ich in den Zweikampf gehen muss. Und hat auch direkt funktioniert, direkt Besserung gebracht. Also ja, solche Sachen, die waren schon viel wert. Lange her mittlerweile. Lange her und dabei ist er offensichtlich hängen geblieben. Ja klar, wenn man mit 17, 18 da hochkommt, zu solchen großen Gestalten, die man sonst im Fernsehen oder im Stadion angeschaut hat und die dann sich um einen kümmern, so gesehen und wollen, dass man besser wird, das ist schon, es gibt schon viel. Also Tipps von Räumer Kai und Mehmet Scholl, geht auch schlechter, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Ich glaube, du gibst bestimmt auch den einen oder anderen Tipp deinem Bruder. Ich gebe zu viele Tipps. Ja, aber ich habe gehört, es ist eigentlich nicht nur dein Bruder, es ist dein bester Freund. Ja. Das kennt man ja eigentlich von Zwillingen, die machen dann alles zusammen. Was macht die Bruderschaft, die Freundschaft bei euch so besonders? Erstmal sind wir quasi immer gemeinsam aufgewachsen. Unsere Eltern haben sich ja früh scheiden lassen, aber wir sind, also wir waren bei beiden Teilen. Wir sind nicht irgendwie, mussten uns nicht entscheiden, Gott sei Dank, sondern haben beide viel gesehen. Und wir waren aber halt immer zusammen. Ja. Also wir waren da zusammen drei oder vier Tage und wir waren da zusammen drei oder vier Tage. Und wir haben unheimlich viel Sport miteinander gemacht. Machen das auch immer noch, sofern es seine Knie zulassen. Tischtennis war damals so ein Thema. Und mein Erschöpfungszustand. Ach so, ja. Ja, Tischtennis zum Beispiel, Tennis, Basketball, also wirklich alles. Jeden Wettkampf, den wir irgendwie gemacht haben, konnten wir machen, haben uns logischerweise, wie es unter Kindern ist, da auch oft gezankt, gestritten, auch mal mehr. Ehrgeiz. Aber immer eben so gut verstanden. Ja. Du kennst mich. Er ist genauso ehrgeizig wie ich. Ja. Was nicht einfach ist. Das wissen wir auch beide, aber wir können es einschätzen. Ja. Und deswegen hat es einfach so einen sehr, sehr engen Bund gegeben, weil unsere Interessen sich auch unendlich überschneiden. Also eben Sport, im Allgemeinen, Tennis, Basketball, aber auch viele andere Dinge. Wir finden dieselben Sachen witzig, wir finden dieselben Sachen interessant. Einfach eine große Ähnlichkeit ist da vorhanden. Sollte ja vorhanden sein, genau. Du hast die Gemeinsamkeit angesprochen, jetzt quasi folgt er dir auch noch in die große Fußballbühne, ist jetzt Fußballexperte und er durfte dich auch schon mal analysieren sowieso, aber auch mal interviewen. Wie ist das, wenn da auf einmal der Bruder steht und sagt, hör mal, was war denn da und warum hast du das gemacht? Das war wirklich witzig. Das war eine ganz eigene Atmosphäre dann auch für uns und ich habe mich auch sehr bemüht, da eben seriös zu bleiben und dass da nicht so ein Halligalli draus wird, dass das nicht so in Faxen ausarte die ganze Zeit. Aber war schon komisch, wenn er da eben dann diese Fragen stellt und dann, wenn wir kurz in die Pause waren, haben wir uns auch kurz irgendwas zugeflüstert, was ich gerade vielleicht nicht sagen konnte oder so. Oder was er da gedacht hat. Aber er hat nicht versucht, dich aufs Glatteis zu finden. Nein, gar nicht. Er will da ja auch so souverän sein und er will das Ganze auch unabhängig von mir machen, logischerweise. Also ich glaube, es nervt schon auch, wenn du immer wieder mit deinem Bruder in irgendeiner Sache in Verbindung gebracht wirst und deswegen ist es ihm auch ganz wichtig, dass Elm sein eigenes Ding macht und dass er quasi da Fußballexperte ist und eigenständige Person ist und seine Sachen macht und nicht immer der Bruder von Matz irgendwo da steht. Ich habe hier so ein paar Sätze und hätte gerne eine schnelle Antwort von dir. Ist nicht viel, machen wir einfach mal. Wenn ich einen Tag frei habe, mache ich am liebsten? Echt wenig. Oder Sport. Was denn für Sport? Meistens Tennis. Der letzte gute Film oder die letzte gute Serie, die ich geguckt habe? Ich gucke gerade You. Das finde ich wirklich gut. Wo bist du? Folge 5 Staffel 2. Ja, ich auch. Ist das korrekt? Lebt er bei dir noch? Wer jetzt? Achso. Das ist mein Standardwitz. Ich würde mich verraten für alle, die noch nicht so weit sind. Finde ich wirklich gut. Ist jetzt nicht eine 10 von 10 Serie, aber eine coole Abendunterhaltung. Ich habe mir sagen lassen, am Ende wird es nochmal echt krass. Wurde mir auch gesagt. Dann freuen wir uns gemeinsam darauf. Wenn ich Musik höre, läuft bei mir ganz viel Verschiedenes. Ich gestehe, dass ich momentan relativ viel Deutschrap höre, was auch für Irritationen in der Kabine teilweise sagt, dass ich... Jetzt musst du aber auch einfach raushauen. Dass ich dann eben, weiß ich nicht, Kapital Bra zehn Zeilen am Stück mit Rap oder so. Und dann guckt mich Mutterhut an und sagt, was ist eigentlich... Was ist mit dir? Was ist mit dir? Das bist doch nicht du. Ja, aber du hast halt diese Facetten. Ja, ich höre auch, weiß ich nicht. Dann kommt vielleicht im Auto, im Auto höre ich dann vielleicht eine Ludovic Inaudi Playlist. Tatsächlich auch, was ich liebe. Keine Ahnung, was das ist. Pianist. Ja. Klavierstücke. Kann ich dir sehr empfehlen. Aber so, je nach Laune. Aber wie gesagt, ein bisschen mehr Deutschrap, als ich eigentlich gerne zugeben würde aktuell. Okay. In meinem Podcast lade ich Ovo ein... Wenn er mir dafür Geld zahlt. Das hier ist echt unfair. Nein. Kein Wenn. Nein. In meinem Podcast lade ich Ovo ein. Punkt. Was hältst du davon? Das ist eine gute Ausnahme. Nehmen wir dich mal mit rein. Dann muss ich auch noch kurz gedulden. Lass ich Geld. Wir haben noch ein paar andere Gesprächspartner. Ja, ich stell dich gerne an. Anderes Thema. Du hast Erling Haaland im Training mal so schön abgegrätscht. Du hast das auch gepostet. Aber erzähl mir was. Wie viel Freude macht es erstens, den jetzt dabei zu haben, so wie es im Moment funktioniert. Und was macht er so mit seiner lockeren Art? Unverbraucht, frisch. Was macht das mit der Mannschaft? Genau das. Er gibt Gas ohne Ende. Also er ist wirklich extrem engagiert. Ich spiele viel gegen ihn im Training. Ich weiß, warum er so gut ist. Warum er so gut ist. Ist er so gut wie er… Also klar, jetzt gerade ist auch ein kleiner Lauf. Aber die Anlagen… Also ich bin auch mal einer, der da lieber ein bisschen drückt. Aber die Anlagen, die er hat, das was er macht und wie er sich eben auf dem Trainingsplatz und im Kraftraum und so präsentiert, wie viel er da macht, stimmt zuversichtlich, dass er noch besser wird. Ansonsten gibt er einfach Vollgas. Also er will unbedingt, er will Tore schießen, er will Gas geben, er will den Gegner anlaufen, pressen, er will das Spiel im Training gewinnen. Das sind ziemlich viele gute Eigenschaften für einen Fußballer. Das hört sich richtig gut an. Was ich will, ist weiter Kaffee mit dir trinken. Mats, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für den Kaffee, beziehungsweise unsere Kaffeedame ist schon verschollen. Genau, aber danke nochmal. Also zum Wohl, bis zum nächsten Mal. Iki Dijkantipp Vielen Dank.